Willkommen zu GTA Online zurück mit Hessen Let's Play on LP mit Raum und wir fliegen hier auch schon ganz schön geil. Aber das ist die perfekte Stelle, man überblickt die ganze Map. Ja, das ist schon nice. Wir wollten mal zu dem Punkt fliegen. Ich habe einen Punkt markiert. Ja, fliegen wir da hin. So, ich mache jetzt mal hier so ein geiles Thumbnail. Ah, warte, ich mache kurz Thumbnail. Wie kann man Screenshots machen? Das werde ich dann nachher erzählen. Okay, dann werde ich es aus der Folge eben halt rausschneiden. Es gibt ja so etwas, das nennt sich Snipping Tools. Nutze ich ja die ganze Zeit für meine... Naja, du könntest auch print oder druck oder wie das auf Deutsch heißt, ich habe eine englische Tastatur, kannst du nur drücken und dann fotografiert direkt den kompletten Desktop und dann kann man es zurechtschneiden. Wir haben sehr viele Probleme mit dem GTA Online Server und alles, weil einfach überall sind Hacker drin und wir kommen damit einfach nicht mehr zurecht. Deswegen haben wir erstmal eine private Sitzung genommen und gucken, damit haben wir auch Spaß. Wir werden es vermutlich auch etwas häufiger benutzen. Weil wir hatten noch keine einzige Folge, wir haben bestimmt jetzt sechs, das ist jetzt die sechste, glaube ich. Und wir hatten noch nie eine ohne Hacker. Bis jetzt. Und langsam kotzt es an, willst du mal landen hier oder warte mal, ich guck mal, ich habe keinen Fallschirm. Schade. Ja, das ist scheiße. Lande mal. Ich gehe, sagen wir mal, konstant runter. Genau. Ich lande jetzt direkt auf dem H-Platz da. Ja. Und dann spawnden. Du musst mal da unten gucken. Und dann spawnden. Ja, den nämlich. Ähm, gibt's auch ein Flugzeug? Nein. Nee. Flugzeuges brauchen, glaube ich, erst, wenn du ein höheres Level bist. Und jetzt regnet es. Scheiße. Kann ja jetzt nicht regnen. So. Dominik, kannst du mich zum nächsten Flugplatz schnell fliegen und ich hole mir da ein Heli? Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Hä? Was? Du bist durch mein Ruder gelaufen. Alter Mann. Wieso gehe ich denn da hin, ey? Ich bin ja echt schlecht. Ich bin ja echt schlechter Fahrer. So, da hinten ist ein Auto. Mein Auto ist noch in Los Santos. Anhalten! Raus da! So. Radio. Wo ist das Geld? Hier ist das Geld. Nur 50 Dollar von dir eingesackt. So, Los Santos Rock Radio. Ach, ihr habt jetzt beide einen Helikopter? Ja. Achso, ich hab jetzt gar keinen. Ähm, dann steck bei mir ein. Nein, ich fahr dich rüber zu dem anderen. Ja. Zu welchen? Ähm, der hier daneben ist. Einfach mal quer über den See drüber. Ja, ich komm mit. Hä, wohin? Ach, steig einfach ein. Okay. Ja. So. So, von oben. Nein, 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 nein. Ah. Was machst du denn? Ich krieg die falschen Knöpfe. Okay. Auch geil. Jetzt aber. Wow, ich hab mal am Anfang keine Sterne. Ich hab mal am Anfang keine Sterne. Ich hab mal am Anfang keine Sterne. So kacke ist es gerade. Das kann ich mir stellen. Äh, äh. HALTER! Nein! Was blöd? Der ist noch keine Beile aufgestürzt bei mir. Wieder vor. Hä? Iiiiih! Ich hab schon mit... Du fliegst bei mir noch. Aber ich kann nicht einsteigen. Ich bin jetzt... Äh, hä? Aua! Hä, was ist das denn? Hä? Ja, gut. Hallo. Ich glaub, du musst den... Wenn du Pech hast, musst du erst erschießen. Okay, mach ich jetzt. Äh, komm mal hierher, Ramon. Oh! Ja, ich hab ihn... ...getötet. Jetzt kannst du einsteigen. So. Jetzt darfst du dich dumm nicken eignen, Heli holen. So, dann würde ich sagen... Nein! Hä? Hä? Okay. Zweifel langsam an diesem Spiel. Hä? Wenn ich ehrlich sein darf. Dann bin ich mal so gut und dreht euch wie dabei. Das wär gut. Ich weiß jetzt, was los ist irgendwie. Ich bin immer der Einzige, der hier rausfliegt. Oder oder meine Aufnahme spricht ab. Der Einzige, der fast nie Probleme hat, ist... Chris. Äh... Yeah! Und dann so. Aufnahme abgestürzt? Nein, bei mir doch nicht. Okay. Wo bin ich? Ich bin hier. So. Und da ist Ramon. So, da ist der Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Sum. Ach, da ist ein Heli. Da ist ein Heli. Hey. Okay. Dann kann ich... Dann steht da ein Heli. Hä, wo? Äh, ist Karding, ist... Oh, yeah! Yeah! Ja, go! Alter, der ist voller Blut! Alter, das ist ja... Nehme ich als Thumbnail. Nein, das ist ja despawned. Oh, Mist. Nochmal rein. Mist. Der Ramon hier. Der Heli hier. Den Chris gerade zerstrotet hat. Schrotflintet. Also ich würde sagen, das kann man jetzt gerade echt nicht genießen. Deswegen würde ich sagen... Das hatte ich gerade auch vor. Oh! Ja, das musste sein, weil... Ich weiß gar nicht, warum. Renn, 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 renn! Nein, jetzt bin ich von beiden Seiten... Ah, da geht es. Das gibt es noch nicht. Ja, natürlich. Natürlich! Mist. Aber wie, Bernd, das Brot? Mist. Oh, geil! Ich habe so einen alten Wohnwagen. Lass uns den mal nehmen, dann nennen wir uns die Lumpenjungs. Ja, au, au, au von hinten, aua. So, ich fahr jetzt mal... So, Ramon hier, komm mal. Warte, 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 warte. Ich steig mal ein. Ich steig ein, warte. Dann hol ich mal so einen Wohnwagen. Wir sind jetzt die Lumpenjungs. Wir machen dann so ein riesiges Radium mal ein. Ich wollte dir jetzt nicht das Fahrzeug klauen. Wir wären jetzt hier so ein Trevor-Style. So. Alter. Yeah! Aber lass der Elf Lady bitte an. Ich hab grad ein voll geiles Lied an. Hä? Ach, ist direkt ein neuer gespawnt. Flat out! Ja, genau. Alter. Oh, wie schiebte ich? Weißt du, was geil wär? Wenn man mit den Playstation-4-Spielern spielen könnte. Jo. Das würd ich echt geil finden. Ja, wie soll Rocket League? Ja, Rocket League, da kann man das ja machen. Aber hier nicht. Schade eigentlich. Oh, ich find das Wetter so... Hä? Alter, da rutscht da. Ich hab die Augen. Wollen wir mal, äh... Wir machen eine Mission. Weil ich find das grad echt langweilig. Okay? Ja. Ich mach mal eine Mission auf. Warte, wir suchen... Ich nehm mal hier eine vom Land. Oder warte, ich guck mal auf dem Handy, ob ich hier eine hab. Ich hab ja tatsächlich welche. Und zwar... Martin. Zwei bis acht Spieler. Ich nehm mal die von Martin. Schlitzer. Zwei bis acht Spieler. Ich mach die mal auf. Und dann gucken wir mal weiter. Kamera ist strong. Das ist ne Gegner-Mission. Das ist ne Gegner-Mission. Also wir müssen uns da wahrscheinlich töten. Das ist wahrscheinlich... Wir machen das einfach mal. Und dann gucken wir mal weiter. Warte, warte, warte kurz. Ich will noch was ausprobieren. Ja, natürlich. Verschwende einfach mal ein bisschen Zeit und dann... Und dann ist gut. Genau. Schlitzer. Gegner-Modus. Ne, jetzt einster Frau, jetzt gib mal Gas. Ich bin doch grad dabei. Karin-Straaaannn. Chris? Ja? Jo, ich bin der einzige Tastaturspieler. Wo wollt ihr was machen? Wir winnen zu dem Nobelpreis, Alter. So, spielen. Hallo, Wall-E4er. Ich hab vergessen, irgendwas einzustellen. Ja. Alles klar. Gut, bis jetzt ist die Aufnahme nicht... Wollen wir die Ernte? Ja. Wer ist jetzt hier? Wer ist das jetzt? Wall-E4er? Ach hier, das ist das Halloween-Update. Glaube ich, wie es aussieht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was genau man da machen muss, aber ich glaube, das ist was mit Ticken. Du musst versuchen, uns zu killen. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So, deswegen würde ich sagen, 9. Dezember. Happy Halloween. Ja, alles klar. Das kriege ich hin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal gespielt. Damals schon. Ah, ja, okay, ich verstehe das. Ja, ich auch. Also, ihr müsst euch quasi verstecken, weil ich muss dann euch quasi suchen. Äh, wo soll ich mich denn verstecken? Und ich hab nicht mal Waffen. Du hast eine Taschenlammung, wo du mal leuchten kannst. Na, wo bist du? Na? Ich hab vorhin leuchten gesehen. Alter, hier. Alter. Überall, äh, geköpfte Kühe. Ah, nee, das ist, dann bist du bei Dominik. Sicher? Also, hier hängen einfach nur Öpfe rum. Oder doch nicht. Köpfe von Serio. Alles klar. Aha, dann, äh. Äh, Ramon, drück mal auf die linken Maustaste. Nein! Ja, warum kann ich dich nicht umhauen? Ich wollte dich jetzt auch gerade umhauen. Auf einmal kam da von einer von hinten und stellt sich vor mich und sagt Hallo. Das, Ramon! Ich wollte dich umhauen. Oh, fuck. Ja! Ich wollte dich auch schon umhauen, aber das ging irgendwie nicht. Wir spielen am 9. Dezember das Halloween-Update. Irgendwie schon. Aber wie? So, nochmal. Alter. Kann man das jetzt nochmal oder gibt's jetzt nur eine Runde? Alter, das war geil. Alter, auch mal kommt da so ein Wolf angeschlichen. Ja, ich bin so um die Ecke, so BAM, und da von hinten. So, ach, jetzt bin ich Volt. Schlitzer 1 bin ich. Ich bin Schlitzer 1. jetzt hat er so ist die Mission So also wer ist jetzt der Erfinder oder der Sucher? Buramon Oh Gott jetzt bin ich ganz allein Ich würd sehr schnell im Zielen und Schießen Ich hab gedacht du wärst jetzt Chris Ne ich bin äh der Woll Alter du bist mir direkt in die GEM entgegen Ja warum warum das ist auch so Da wird Vor mir wurdest du gespawnt Ich hab gar keine andere Möglichkeit gehabt hinter mir war glaub ich ne Wand sogar Ich hab gerade ein bisschen Angst muss ich sagen Ja weil du siehst ja kaum was Versteck dich vor dem Schlitzer Du siehst kaum was Und da kommt auf einmal irgend so ein Eine Person vor dir Mit so einem Können wir's aufm Korb an Ich hab was gehört Das kann nur ich sein ne Oder meine Stimme Ja stimmt Er hat geredet gerade Ich weiß nicht ob das das war Alter iiii Das war Mixer Das war Mixer Ein Wichser Ein was Das war der Mixer Ähm ich sag nicht wo ich bin damit ich mich Also ich kann eh nichts sehen Weil das alles nur sch- so so Schwarz umrandet ist und alles und Äh alles klar Mein Controller vibriert Hä? Ich bin in der Nähe Ich bin in der Nähe Ich bin jetzt mal Raben und wo er rumläuft Das sieht Ähm ja ok Also wenn du das wirklich so mit diesem Nachtsichtgerät hier siehst Und dann manchmal so rote Augen auf dem Boden aufleuchten Da kriegst du schon ein bisschen Angst Schnell oh Gott Ah zum Glück Ich bin in der Nähe Ah zum Glück Ja läuft in der falsche Richtung Äh Warum sagst du das? Nee, nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich hab Angst, ich hab Angst Ich hab so was von Angst Ja ich hab so was von Angst Bist du Ich hab so was von Angst Du weißt, dass du dich umhauen kannst Du kannst mich umhauen Das weißt du schon Ich hab so was von Angst Ah zum Ist er weg Oh nein! Fast getroffen! Nein! Oh nein! Der kann nicht erwachsen! Er läuft in die falsche Richtung schon wieder, war klar. Ich glaube bei Ramos ist gerade so ein Affe im Kopf, der als nur mit so zwei Becken gegeneinander kloppt und auf einen Rad rumfährt. Falsche Richtung. Lauf! Nein! Das war falsch. Du hättest dich von hinten anschleichen müssen und umhauen und kloppen müssen. Ich hab nur ne Taschenlampe. Ja das geht aber damit, mit einmal. Ne mit zwei, dreimal musst du das machen. Okay, Alter wie wenig Geld krieg ich man. Ich hab... Ja? Ich hab fünf. Hä, wieso hast du gewonnen? Ich hab auch ne Runde gewonnen hier, das geht mir gar nicht. Ich hab zwei mehr gewonnen, Junge! Ja nice! Soll ich dir mal ein Like und dann... Gib mir nochmal ein Like. Ja und dann nochmal ein Like und dann nochmal ein Like. Ich kann nicht Likes. Du kriegst ja die vier Kills und so. Ja weil ich, weil ich drei Kills hab! Ich hab die erste Runde auch gewonnen. Wollen wir mal Schlitzer drei machen? Ne Schlitzer vier Kills? Ne, nicht mehr Schlitzer, nicht mehr Schlitzer. Schlitzer macht zu viel. Alter das ist voll spaßig eigentlich. Come out to play, würd ich mal sagen. Ich würd sagen oben rechts mal, das ist ne richtige Mission. Hä, was weiß ich? Das ist Schlitzer vier. Ja, oder lass uns Schlitzer zwei dann. Wir machen mal alle Schlitzer Missionen durch, okay? Also auch in der nächsten Folge machen wir dann Schlitzer drei, Schlitzer vier und so. Also Schlitzer machen wir. Ja. Ja, machen wir. Nehmen wir uns vor, wir machen alle Schlitzer Missionen. Schlitzer. Ja. Wie Rocks auf den Namen kamen. Chef, wie soll die Mission heißen? Schlitzer. Ähm, wir haben, wir haben ne Knache und es heißt Schlitzer. Ja. Also hier steht, hier ist jetzt come out to play. Weil ich das gewartet hatte. Ich mach einfach. Ja. Na gut, egal dann. Die machen wir und in der nächsten Folge machen wir dann die nächsten zwei Schlitzer Missionen. Schlitzer zwei und drei. Oder wollen wir jede Folge eines Schlitzer Missionen und dann noch ne andere Mission machen? Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, oder? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das überleicht mal zwischen den Folgen. Ja. La 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 la. Webinar Radio. Oh, ich seh ja geil aus. Wir sind die Jäger. Oh ne, wieso muss ich denn immer wegrennen? Sehr gut. Du musst noch bereut, bereit machen. Bereut. Warte. Ich muss erst mal ne Kleidung aussuchen. Geh, alter. Ich hab jetzt einfach mal die Standard-Clowns-Kleidung genommen. Wenn du die Clowns-Kleidung nimmst, dann nehme ich... Ach, ich weiß welche das ist. So, so ein seriöser Mann ist mal im Wald. Alter, das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße, die ist so schwer, die Mission. Was spielen wir denn jetzt? Was spielen wir denn jetzt? Erreiche die Fluchtzone. Ja, und wir müssen dich in der Zeit killen. Und das ist so einfach. Also du killst uns. Schaff ich. Wir haben ne abgesägte Schrot nur. Alles klar. Tja, ich hab alle. Der abgesägte Schrot ist einer der OP-sten, die du... Ich weiß. ...auf dem Fahrzeug kriegen kannst. Der fliegt fast vom... Naja, eigentlich die OP-ste ist meiner Meinung nach jetzt wirklich die Präzisionspistole. Die kriegst du aber nicht auf dem Auto. Also auf dem Motorrad. Und das ist der Nachteil, er hat nämlich ne Spezialkarabine und die sind OP wie so die Dinger. Wieso ich hab eigentlich meine ganz normalen Waffen hab ich? Ich kann das Motorrad nicht nehmen, ich muss laufen oder was? Oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab mehrere Leben. Hä? Alles klar. Geil. Schnell lauf, 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 lauf. Move, move, move. Weiter geht's. Battlefield. Hä, werdet ihr so schnell respawnt oder was? Ja? Alter. Das ist so schwer, sag dich doch. Aber wenn du stirbst, bist du tot. Du hast nur ein Leben. Wir haben unendlich. Fass er dich nicht nochmal. Naja, eigentlich nicht, du hast mir nicht ein Leben abgezogen. Oh, hier fuhr gerade ein Pimorano mit mir vorbei. Nein! Wieso habe ich keine Automatik? Das ist so scheiße. Hätten wir eine Automatik? Das wäre zu OP, Alter. Wollten wir nicht die nächsten Tage auch mal die Lowrider-Mission anfangen? Weil die, da habe ich auch noch gespannt, wie die sind. Alles klar. Wir machen jetzt erstmal die Schlitzer-Missionen durch und dann den Lowrider. Aber was für ein Kill! Alter, fuck it. Auf meine Kamera von unten. Aber fast im Flug so. Alter Schwede, ist das heftig gewesen. Ich glaube, jetzt ist nochmal irgendjemand anderer Läufer und die anderen Fänger. Schätze ich mal. Ich bin, der Gewinner ist immer Läufer, also ich. Ah ja. Und ich werde verlieren. Äh, ich habe eine Frage. Kann man auch von den Motorrädern absteigen? Ja. Ja. Nein. Ja, nein. Nee, kannst du nicht. Okay. Ich bin jetzt Läufer. Aber ihr könnt auch nicht, äh, ja. Also wir können nicht absteigen, quasi. Also ich habe die Mission halt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Nee, können wir nicht. Ja, nice. Alter. 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 Okay. Oh, okay. Als ob das nicht OP ist. Aha, jetzt habe ich erstmal geguckt, wie es geht. Alter, aber wie weit man weg spawnen, ne? Aber du spawnst die nächste Mal in der Erde. Yeah. Ja, ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Alter. Ah. Mann. Wo schießt du bitte, schießt du bitteschön. Ich musste dich erstmal suchen. Hä? Ich bin gerade runtergeflogen vom Motorrad und ich dachte, jetzt kann ich so weiterlaufen. Schnell, schießt! Nein! Alter. Ich habe alles voll auf dich getraucht. Ich bin tot und es schießt, äh, einfach weiter. Ich bin tot und es schießt weiter. Das ist Ramon-Style. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Moin, Hessen. Moin. Wir greifen von beiden Seiten an. Au. So. Ich bin auch vom Motorrad runtergefallen. Nein! Oh Mann, das kann doch nicht sein, dass ich immer vorbeischieß. Mann. So eine Billiardscheiße. Ja, da ist der Ego-Modus voll geil. Okay. 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 Hey, wo bist du denn? Da. Hä? Fahr doch nicht. Nein, los, fahr! Hä? Juhu! Juhu! Hä? Juhu! Das war ja auch geil. Na komm, mach doch. Ah, Mann ey. Aber das Dome ist ja auch. Man kann auch wirklich nicht so wirklich zielen. Ja. Das ist echt creepy. Alter, ich hab hier Herzbogen wie so ein Arsch. Mit Tastatur geht es. Warte, warte, Hessen. Halt an, halt an. Los, ran, 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 Hessen, 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 ran. Ran, Hessen. Wie lange ich einfach eiskalt überlebe. Nein. Ich hätte dich fast gehabt, Mann. Wie ewig ich einfach überlebe im Gegensatz zu Chris. Verlierer. Scheiße. Hä, wir haben gewonnen? Ja. Ja. Hast du ihn gekillt? Ja, ich hab ihn gerade noch geholt. Ach, da war ich nicht so. Ja, ich hab ihn gerade noch geholt. Darf ich nicht so. Ich hab ihn gerade noch geholt. Alter, wie fett dein Gesicht ist, ne? Oh, Alter. 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 Ich brauch mal eine Schönheit so weh. Okay. Ich geb mal einen Daumen noch um. Ich fand's ganz lustig. Ich auch. Eine Mission machen wir noch. Das schaffen wir noch. Ja. Oder nee. Schaffen wir gar nicht mehr. Ja. Ja. Schade. Aber es war ne geile Runde. Ich fand's auch lustig. Am Anfang war's ziemlich langweilig, aber gucken. Ja. In der nächsten Runde. So, ich geh in den freien Modus. Genau, komm ich mal mit. Und wenn wir dann im freien Modus sind, dann beenden wir. Genau. Und ich würd sagen, in der nächsten Folge kommt dann Schlitzer 2. Und dann auch ne Hand 3. Schlitzer 4, Schlitzer 5, Schlitzer bis Schlitzer 100 oder so. Es gibt nur 5 Schlitzer. Ja, dann schafften wir alles in einer Folge. Die sind ja gar nicht so. Ja. Machen wir alle Schlitzer Missionen. Genau, dann machen wir ne XXL Folge und alle Schlitzer Missionen voll. Ja. Gut, dann wir sagen, vielen und vielen Zuschauern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und lasst ne Bewertung da. Lasst ein Abo da. Hau da rein. Tschö, meine. Ja, dann auch von mir. Schaut bei den anderen Boys vorbei. Und macht's. Juuuut. Selta Homeboy. Hallo. Und screen. Ja, mach ich doch schon gerade. Also. Einfach, einfach anfangen. Wenn wir vorbeizienten, einfach anfangen und dann ist gut. Okay, diesmal möchte ich ja im Switch reden. Okay, mach mal. Also, das war ne Glöpfe. Lasst ne Bewertung da, lasst ein Abo da und ciao mit V. Ja, hallo. Ist gut, bitte. Joa, Chaos and Screen. Let's go. So, gute Schlitzer Mission war das. Also, in der nächsten Folge werden die nächsten Schlitzer Missionen gemacht. Was sagt dir dazu? Wie so ein Interview. Ich find's gut. Der Herr. Ich find's gut. Gut. Danke, Ramon, dass du mich im Stream gekillt hast. Jo. Gut und ciao. Joa. Tschö. Mega. Ja. Joa, tschüss. Chris, hast du noch was zu sagen? Nein. Oder nicht? Tschö. Ja. 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 Ich find's gut. Ich bin. Ja. allowing es ist. распorn medier bar. interesse. Vielen Dank.